Willkommen zurück bei Scribblenauts Unmasked. Äh, wo wollte ich hin? Ich wollte zu Wonder Woman. Da, bitteschön, ja. Möchtest du das kaufen? Ja, eigentlich möchte ich nicht, aber mir bleibt ja keine andere Wahl. Ja, steckt in Schwierigkeiten. Paradise Island, Heimat der Amazonen. Hm. Hm, ja. Halt, Eindringling. Solche wie du sind hier nicht willkommen. Ja, Schwestern, haltet euch mal zurück. Er steht unter meinem Schutz. Ja, genau, verdammte Axt. Ja, was ist denn los? Ja, tut mir leid, Maxwell. Auf Paradise Island werden Männer mit mehr Argwohnen betrachtet, als du vielleicht gewohnt bist. Äh, Green Lantern hat mir gesagt, dass du auf dem Weg hier bist. Ja, da waren wir aber schon lange, lange... Schon lange, lange her, seit wir mit dem da gequatscht haben. Ja, schön dich zu treffen, Prinzessin Diana. Ja, ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen, Maxwell. Batman spricht auch mit Hochachtung von dir. Mhm. Wirklich? Das ist fantastisch. Ja, aber ich muss dich warnen, ich fürchte, dass Cheetah... Cheetah? ...der Affe von Tarzan... ...auf der Jagd ist. Äh... Ja, und darüber hinaus wurde dein Doppelgänger mit ihr gesehen. Jetzt sind ganz offenbar hinter einem deiner Starwights her. Sei vorsichtig, sie ist sehr gefährlich. Ja, werde vorsichtig sein. Es geschehen auch viele seltsame Dinge hier auf Timskira. Ich glaube, du hast Ähnliches schon gesehen. Ja, ja. Überall passieren hier echt seltsame Dinge. Mein Doppelgänger läuft wirklich amok. Ja, tut mir leid, dass er sich so hoch hält. Du bist nicht er. Die Entscheidungen, die er trifft, sind allein seine. Also, du kannst entweder versuchen, Cheetah zu finden und den Starwight, hinter dem sie her ist, oder du kannst Paradise Island erkunden. Ja, dann erkunden wir mal. Du hast die Wahl. Jaja, ich will erkunden. Wenn du Cheetah findest, ruf mich. Sie ist viel zu gefährlich, als dass sie von einem alleine gestellt werden sollte. Ja, ja. Ja, passt schon. Ich werde sie finden, nur keine Sorge. Möge Hera über dich wachen, Maxwell. Ach Gottchen. Was haben wir denn hier? Ich will nicht wild sein. Berserkerhafter Kiwi. Halt, nein, nicht angreifen. Auch nicht aufsammeln und nicht hätscheln. Niedlich. Niedlicher. Gibt's das nicht? Jupp. Diese Bombe wird hochgehen. Welche Bombe? CB-Radio. Wieder? Platzpatrone. Keine Ahnung, was die da machen wollen. Unser Hirschbock ist kaputt. Wir müssen Fossil schnell zu Grabstätte bringen. Äh, halt. Grabstätte. Aufsammeln. Ich weiß zwar nicht, was das helfen soll. Ja, super. Da kriegst du das da. So, wunderbar. Entfernen. Äh, wieder rein in unseren schönen Gürtel. Na, hier. Nein. Ach. Immer dasselbe mit diesem Untot. Nee, so. Nicht angreifen. Was will er hier? Ich will diese Höhle erkunden, aber es ist zu dunkel. Hm. Kriegst du halt ne Fackel. Fackel. Leuchtfeuer. Jo, da kann ich jetzt auch nix gegen machen. Äh. Wir sehen uns. So, was wollt ihr denn? Bitte, wir müssen zu Supergirl. Wir müssen zu Supergirl. Okay. Äh, nein. Dahin wollte ich doch. Zu, äh, Supergirl. Ach, haben wir nur eine? Ach, die ist hier. Äh, okay. Ab in die Tonne. Ja, ja. Aber wie wollt ihr jetzt zu Supergirl, äh. Okay, äh, wenn's halt so funktioniert, meinetwegen. Ja. Meinetwegen. Dann funktioniert's halt so. Okay. Dann haben wir hier auch wieder alles erledigt für den Moment. Gott, das wird nachher ein Gegrinde, ey. Dann schauen wir uns mal hier den Starlight an. Äh. Okay. Sieht ja nicht, nicht so gut aus. Ja, später im Kolosseum. Cheater wurde in die Enge getrieben. Barbara, es muss nicht so sein. Wir können immer noch ein Heilmittel für deinen Fluch finden. Ich will von nichts geheilt werden. Ich bin hier, um eine Macht einzufordern, die größer ist, als es der God Slayer jemals war. Oh, God Slayer hört sich gut an. Wenn's ein Schwert ist, nehm ich's. Äh, siehst du das nicht? Es ist ein Hunger auf den God Slayer, der dich zu Cheater gemacht hat. So oder so, du wirst heute ohne die Kräfte eines Starlights auskommen müssen. Das werden wir ja sehen. Doppelgänger, jetzt! Wie? Ich versuche sie abzudenken. Du musst einen Weg finden, um sie aufzuhalten. Maxwell, Doppelgänger hat Cheater in eine große Gorgone verwandelt. Der Blick kann dich zu Stein verwandeln lassen. Ach du Scheiße. Warte mal, äh, brauchen wir mal hier einen großen Spiegel. Großer Spiegel. Äh, Rückstrahler nehme ich auch, meinetwegen. Äh, verwandel mich in etwas, das sie nicht besiegen können. Ja, uh. Minotaurus. Bei den Göttern, nein, Minus Taurus. Äh, wie hat er den denn besiegt? Damit sie stärker wird. Okay. Okay. Äh, machen wir auch mal hier mal gewaltig draus. So, ja, äh, Doppelgänger, das funktioniert nicht. Das ist deine letzte Chance. Ich bin frei. Mit der richtigen Waffe kann ich sie besiegen. Äh, okay. Dann halt hier auch so ein, äh, dreizack. So, wo bist du denn? Ach, Wunderwoman. Da, hier. Ja, bei den Göttern. Oh, hier. Was? Du wirst nicht gewinnen. Keine Spielchen mehr. Was? Doppelgänger, lasse eine Million wilde Löwen auf sie los. Dann hat sich das erledigt. Ja, ich kann nicht. Was soll das heißen? Du kannst nicht. Ja, mein Buch ist das, äh, ist nicht, äh, was? Mein Buch ist nicht wie das von Maxwell. Es ist nicht unendlich groß. Es erhält seine Kraft nur durch die eine Seite, aus der er mich erschaffen hat. Ah ja. Ja, und? Also wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Und da draußen werden dann andere Freunde warten, die meine Hilfe brauchen. Die kümmern mich nicht. Du musst mir dabei helfen, Wunderwum ein für alle Mal zu besiegen. Genug. Du hast wieder versagt, Doppelgänger. Ihr werdet beide zu mir zurückkehren. Jetzt. Nein, wir können ihn finden. Wir brauchen einfach Zeit. Deine Zeit ist um. Nein. So, was? Der Starlight muss unter dem Kulisseum begraben worden sein, als er hier gelandet worden ist. Ne, der war hier oben auf dem Dach anscheinend. Das Wasser hat ihn losgerissen. Ah ja. Ja, ich nehme ihn mal. Maxwell, Batman hier. Ich habe diese geheimnisvolle Übertragung abgefangen. Sie haben auf jeden Fall etwas Großes vor. Weißt du, wer es sein könnte? Ich sammle hier immer noch Informationen. Aber wer auch immer es ist, Cheetah hatte offensichtlich große Angst. Batman out. Ah, Maxwell, danke für deine Hilfe mit Cheetah. Du warst sehr mutig und sehr schlau. Naja. Ging halt. Passt schon. Wenn du es wünschst, kannst du deine Suche nach den übrigens Starwrites fortsetzen. Aber du bist herzlich willkommen, solange wie du willst, auf der Insel zu verweilen. Es gibt noch viel zu tun. Ja, danke. Wunderwummen. Aufsammeln, bitte. Yay. So. Wieder rauszoomen. Was will er hier? Lege auf folgendes etwas. Etwas rundes. Ja, okay. Hier. Du kriegst eine Melone. Nein, eine Frucht. Hier ist rund. Hau drauf. Keine Wünsche mehr, bis mein eigener in Erfüllung geht. Ich habe Hunger. Da kriegst du hier wieder. Wie immer. Ne, komm. Hier geben wir mal Pommes. Kann ja nicht hier jedes Mal Schnitzel geben. Ich wünschte, ich hätte das nicht gegessen. Was befindet sich in diesem Fischei? In dem Fischei? Ist es trocken, um was zu pflanzen? Gib mir etwas, was ich rumkriegen kann. Na toll. Äh, what? Okay, das will sie anscheinend nicht. Nein. Äh, wie wäre es dann mit einem Hamster? Will sie auch nicht. Na ja, dann kann ich dir auch gerade nicht helfen. Äh. Okay, hör zu. Gott, der schmeißt hier mit Bäumen um sich. Mach, was macht etwas Gesünderes in diesem Kanolo. Was Gesünderes. Dann kriegst du hier Spinat. Mit dem ich schnitzen kann. Okay. Ja. Ja, so lebens echt. Okay, okay, okay. Äh, was befindet sich in diesem Fischei? Keine Ahnung. Äh. Au. Reiten. Das ist süß, ja. Das ist süß, ja. Lusa, lass mich mal hier in Ruhe. Ola, Lex. So. Wir müssen hier, äh, Gossim und so weiter. Ja, da ärgert er sich. Gar keine geschriebenen Adjektive erlaubt. Bring mir den großen Drehbolzen. Aber du darfst ihn nicht berühren. Alter. Willst du denn da, ey? Wie wollen die Leute wieder unmögliche Sachen? Um mich verrotten zu lassen. Ach, das war ja wieder sowas von klar. Werkzeug. Da kriegst du hier mal einen Traktor. Hilft dat? Keine Ahnung. Das sah jetzt eher so aus, als würde er da irgendwie einfach auf den Boden kacken. Aber egal. Kann nicht atmen. Äh. Ist halt auch hier so eine Gasmaske. Die wirkt Wunder. Ach, die kann man ihm nicht anziehen oder was? Wieso nicht? Sauerstoffmaske. Stoffflasche. Sauerstoffhelm. Aber können wir ihm auch nicht anziehen. Super. Toll. Ach, dann kriegst du hier auch einen Ventilator hingestellt. Ist mir doch wurscht. Auch wenn dat bestimmt net funktioniert. Ventilator. Na okay. Diesmal hat's funktioniert. Funktioniert zwar sonst nie, aber diesmal hat's funktioniert. Gehe zum Fahnenmast. Ja. Und jetzt? Toll. Waren wir halt beim Fahnenmast. So, was willst du? Oh nein, wir müssen Kameramann einen Schock verpassen. Äh, ja. Elektroschock. So, Charlie. Okay, willst du nicht? Muss ich's dann machen? Bring mich zum Yachtclub. Äh, wo ist denn der Yachtclub erstmal? Da oben. Können wir? So, kommst du mal mit hier? Äh, tragbar. Wie immer. Aufsammeln. So, unter den Arm geklemmt. Und wer, wer nicht will, der hat schon. Ich sehe immer dasselbe. Immer, dass die da irgendwo hingebracht werden wollen, aber einem nicht folgen. Deswegen, da muss man die eher unter den Arm greifen. Ja, also. Gott. Mein Tyrannosaurus ist ein Kommen. Ja, super. Lexi, komm mal her. Komm, putt, 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 putt. Reiten! Ja, ein bisschen, ein bisschen groß. Machen wir mal hier klein draus. Und dann... Ja, da ist er. Danke. Ja, passt schon. Okay, damit haben wir hier auch 3000 Punkte. Kleiner fliegender Maxwell. Das heißt, wir können auch die... Letzte Schose da aufmachen. Aber zuerst mal hier... Geht doch. Ach, das an... An, das ich... Ach so, okay. An. Hier, Baum. Kannste festmachen. Funktioniert. Äh... Ja. Gut. Dann mache ich auch für diese Folge Schluss. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann in einem neuen Gebiet. Bis dann! Jsd, Jsd, Jsd. Tschüss. Du... Ich bin... Och, das ist bei dir ist. In einem neuen Gebiet. Aber das ist nicht noch immediatür. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin...